Früher hat die CSU gesagt, die Freien Wähler sollen nicht für den Landtag kandidieren, um ihnen keine Stimmen wegzunehmen. Und wenn wir damals schon darauf gehört hätten, dann hätte Bayern heute eine schwarz-grüne Regierung ohne Freie Wähler. Und genau um dieses Desaster im Bund zu verhindern, müssen wir Freie Wähler in den Bundestag, damit die Bürger neben extrem rechts und extrem links und den alten Gesundheits-, Migrations- und Mautversagern uns Freie Wähler als verlässliche neue Mitte zur Wahl haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017